Herzlich Willkommen zurück hier bei einem weiteren Let's Play BattleBlock Theater mit Notzebo und Pinback. Ich bin der Viereckige und der Schlechtgelaunte, das ist mein Kollege. Ich bin der Runde, ich bin der Runde. Genau, um aufkindisch zu sein. So, ich bin der große Affensprenger. Lass mich in Ruhe, ich bin ein Affe. Ich hangel mich elegant von Pflaum zu Baum. Aber wir sind doch Bären, wir sind keine Affen. Hm, was, wieso das denn? Wir sind Bären. Du hast unseren Kanalnamen nicht gelesen. Ach, natürlich, wir sind ja Bären, verdammt. Natürlich, natürlich. Wir sind Bären. Du überforderst mich zu so später Stunde. Ruhe jetzt. So, Kapitel 3 waren wir stehen. Die Titelmelodie von der Gummibärenbahn, der ist noch geschützt. Äh, wieso? Dann sollten wir die als Titelmelodie. Gummibären hüpfen hier und da und überall. Du machst mich fertig. Hör auf, so Dünnpfiff zu reden. So. Ähm, das sind keine Polarbären, das sind das Gummibären. Da müssen wir ja tripolare Gummibären heißen. Das wäre doch... Nee, das macht ja gar keinen Sinn. Man kann bestimmt den Namen noch ändern. Du musst beide ausschalten und dann können wir weiter. Hab ich gemacht. Hab ich gemacht. Du bist so toll. Ja, weil du so blöd bist. Du musst da oben durchgehen und dann musst du das Schiff ins Wasser schmeißen. So, und dann musst du da rüber gehen. Haha, ich brauch dich nicht. So, das hab ich grad noch mal gesaved hier. Weil ich so ein Pro bin. Oh, da ist ein Viech. Vielleicht könnte ich das hier mal ausnahmsweise töten. Oh, es hat mich gegessen. Ja, der ist auch. Kann das mir doch nicht so leicht töten. Oh, ich bin... Gefangene... Gefangeniskost. Errungenschaft. Ja, die hast du noch nicht. Doch, du hast mich vorhin volles Viech geschüpft. Gefängniskost. Also habe ich die schon. Gefängniskost, aber da steht dran Gefangeniskost. Das finde ich nicht in Ordnung. Ich will meine zwei E-Punkte. Los, hilf auf mich drauf. Du kleines Ferkel, ja und dann. Ja, wir müssen nach oben drüber. Ja, 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 da ist aber immer Blitz. Oh. Jetzt dachte ich grad, ich wäre rüber gehüpft, aber das war's ja du. Ich muss ausmachen. So, jetzt da. Ein wollknäuliges Wollknäul. Ganz kläulig. Ja, nee, das sieht nur so aus. Ups. Oh, Mann. Das kann doch nicht so schwer sein. Tja, falsche Richtung. Der hat mich von der Leiter geholt. Ja, mich auch. Aber ich habe ihn wieder gefangen. Der kann einen nicht immer von der Leiter holen. Das geht doch gar nicht. Drück den Knopf zum Leitern. Ha, ich bin gehüpft. Wie komme ich jetzt da rüber? Ach, du machst das. Oh, blöde. Ja, lass mir wieder die Drecksarbeit, Mann. Dumme Katzen. Ich könnte endlich mal sterben gehen. Ah, das ist mal ein Abschnitt, der gefällt mir. Haben wir alles? Wir haben alles. Ne, einer fehlt. Schatz, 06. Du bist jetzt reingelaufen? Das geht doch nicht. Ich bin jetzt reingelaufen. Ja, na gut. Der Level ist so klein, da gibt es auch keine sieben. Gibt es da sieben? Doch, es gibt immer sieben. Siehst du die sieben Kästchen da? Da fehlt einer. Wir haben trotzdem A. Mit einem A hätten wir immer noch A. Ja. Das ist irgendwie komisch. Ah, ah. Ah, ah. Ich muss mal A. Ah, ah. Gummibären hüpfen hier und da und überall. Hör mit deinen dummen Gummibären auf. Wir können mal schauen, wie viele Dings wir haben. Giftjob. Ja, ja. Oh, der Hattiken sieht irgendwie... Oh, es gibt eine neue Waffe. Woran siehst du das jetzt schon wieder? Ja, oben steht doch dran. Oh, jetzt habe ich irgendwas Falsches gemacht. Wieso bist du jetzt zurückgegangen? Da stand Y und dann habe ich es gedrückt. Du tust auch alles, was man dir sagt, oder? Ja, ich gehe wieder zurück. So, fangen wir hier rein. Y drücken. Jawoll. Eigentlich wollte ich nur da hochgehen. Genau. Oh, jetzt habe ich irgendwas eingekauft. Jetzt habe ich auch verpasst, was er mir... Ui. Dann kann ich jetzt da also... Ja, mein Ventilator bekommen als Waffe. Ich habe den Papierflieger als Waffe. Der mächtige Papierflieger. Die Waffe, die den Zweiten Weltkrieg bei einer entschieden hätte. Den habe ich nicht. Ja, weil du nicht so cool bist. Das ist ja cool. So, kann ich auch nochmal kaufen? Aber dafür habe ich einen super neuen Kopf. Jetzt habe ich den grünen Scheiß. Okay, mehr geht nicht. Ähm... Guck mal, ich bin ein Tino. Unfassbar. Ich hätte ja nicht gedacht, dass du noch hässlicher sein könntest. Ähm... Sag sowas nicht. Das tut mir im Kopf weh. So, schau mal an, was bei mir noch so schönes rumkommt. Und ich wahl gar nicht auf, wenn ich hier rumlaufe. Was? Was? Gehirn? Das war ja noch nie da. Ähm... Die sind immer noch die gleichen drei, vier Köpfe. Aber der ist auch der Wahnsinn. Den nehme ich jetzt auch mal. Na, weil das die rechteckigen sind und du hast den Quadratnen ausgerüstet. Wahnsinn. Warte mal. Der ist... Das ist unfähig. Der ist... Ups. Stimmt, da gibt es ja zwei. Der ist ja hochkant und ich bin ja... Oh, das war natürlich ein Schwerwingerfehler. Ja, ist aber auch ähnlich ausguckend. Naja, gehen wir mal da raus. Nächste Runde. Wer braucht schon Köpfe? Ich habe Köpfchen. So. Wo waren wir stehen geblieben? Drei, drei haben wir wohl auch schon, ne? Jetzt bin ich voll gruselig. Guck mich an. Der Wahnsinn. Ich habe Bart. Bart ist hart. Heißt du jetzt Bartonomeus? Der Bartonomeus. Ja, ja. Oh, das ist wohl ein Katzen-Ausweich-Level. Den ich grandios meistern werde. Oh, fuck it. So nah dran. Oh, ich habe den Sparagd vergessen. Ja. Ah, den anderen wenigstens. Okay. Der Hammer. Ich bin begeisternd eindruckt. Ähm. Und hier? Hör auf, du. Oh, ich habe ja wieder Flügel. Dann hol mal da drüben die Kristalle. Hab ich doch. Wai doch. Bin ja voll dabei. Aha. Geh da weg. Ups, das hat so nicht hingehauen. Da hinten ist das Wollknäulige Wollknäul. Ähm. Da brauchen wir wohl die Flügel für. Sieht so aus, ne? Oder einfach viel Geduld. Hervorragend. Würdest du denn da viel Geduld haben? Ach, du meinst du mit der Kiste da rüberschieben? Ne, du bräuchtest ja zwei Kisten. Nein. Mit viel Respawn geht das. Oh. Das ist aber auch gemein, wenn du mir dann die Sachen wegnimmst. Oh nein. Da wollte ich gar nicht hin. Schnell, sammel drüben die Jurelein. Ah ja. Scheiß die Wand an. Äh, fuck. Der Respawnpunkt auch gut. Ja, das hat mir jetzt das Gewick gebrochen. Ja, die dummen Deckenstachel. Das ist ja immer noch A. Du mal einen vergisst es immer noch A. Ja. Ja, das ist das kulante Spiel. Das ist was mir dumm ist wie uns. Oh, 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 oh. Hilt mir. Boah, da kann man oben lang. Ich bin Tomb Raider. Heus Plinter Cell, alter. Ich krieg's nicht hin. Coole Scheiße. Der Wahnsinn. Hier ist wieder so ein bisschen, äh... Ich weiß zwar nicht, was das jetzt gerade gebracht hat, dass ich das jetzt da umgeschalten habe, aber wir werden sehen. Wahrscheinlich gar nichts. Äh, hä? Ah! Der luftstromige Luftstrom. Wirf mich mal. Nö. Ähm, ich setz mich ins Boot. Ich bin ein Pirat im Boot. Ich bin ein Pirat im Boot. So, vielleicht. Jetzt müsstest du vielleicht hochkommen. Ups. Dein Pilsinn. Ich komm und helf dir hoch. Moment. Ja. Ja. Ich seh's ja ein. Das hat nicht funktioniert, man. Du hast mail unter das so. Ich kann nicht in diesen Scheiß Boot da rüber schubsen. Ah, so. Jetzt da. Jetzt runter. So. Genau. Tada. Come on in. Und das? Mach' der Knopf. Ähm. Das heißt, wir zeigen. bei mir ist jetzt gerade einfach die katze verschwunden das war es aber unkontrolliert da unten mit dem teleport da muss der ja genau das ist wohl der schwierigkeitsgrad hier ja da etwas muss gleich mitprobieren für den fall der fälle auftrag sorry wo aber irgendwie hat es wohl geklappt aber ständig ist man tot papierflieger des todes ich sag so oft auch schon das ist eine dumme angewohnheit ja ausgang ist offen juhu ja das habe ich noch mal gerade so umschifft mein spiel leckt mich doch am arsch man kommt doch so drüber echt das sagst du nur ja wenn das boh wenn das boh ist jetzt kommst du drüber ach mann dämliche kanonenkacke jetzt jedes mal schubst du mich da rein da ist doch nicht in ordnung also manchmal glaube ich es echt was ist eigentlich hier los da warst du schon da war ich schon wieso wieso oh nein nein ja ja dofe katze weg noch so ein fressen boah das ist ja ganz schöner behindernis zu laufen der papierflieger bringt es voll explodierte irgendwann oder man ist das der explodiert tatsächlich nach fünf stunden jetzt habe ich mich geduckt das war intelligent so oh diesmal fehlt aber viel was haben wir jetzt habe ich gar nicht geguckt gerade habe ich es völlig verpackt ja wir haben glaube ich nur fünf ach schau und hier gibt es nur sechs ich sag das gibt es nicht immer sieben aber 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 der poncho aber das heißt wir haben wieder A was was zur Hölle was für ein poncho da war aber der poncho ja Insider wissen jetzt was gemeint ist wenn ihr als zuschauer wisst was ich meine dann schreibt es in die kommentare zu gewinnen gibt es meine Anerkennung Schickt es ein, unter dem Stichwort Poncho. Eins, denn das ist lustig. Wie immer der 31. Blabla, das darauffolgende dem Kalendertag ist am Ostermontag oder so. Wohin laufe ich gerade? Was ist hier los? Es sei denn, es ist ein Feiertag in der Woche. Dann vielleicht auch zwei. Das macht ein geiles Geräusch. Das klingt, wie wenn jemand neben dir mit Headset isst. Das klingt, wie als wenn du gegessen wirst. Ah, du doofest. Boah. Wieder hoch jetzt hier. Ja, ich hab's. Ich bin ein Piratenengel. Ein Pirengel. Oh, ich bin tot. Wo bin ich denn jetzt schon wieder? Oh, da ist das Viech. Geh weg, Viech. Wenn du nicht kommst, dann kann ich nicht weiter. Jetzt da, jetzt da. Ich komme, ich komme, ich komme, ich komme, ich komme, ich komme, ich komme. Wohin muss ich? Was muss ich tun? Ah, sterben. Fuck. Das weiß ich ehrlich gesagt auch noch nicht so ganz, ob wir hoch oder runter müssen. Unten ist aber was Grünes. Siehst du das? Ich bin erst das Grüne, dann hoch. Ah ja, stimmt. Dann muss man, glaube ich, auf den Ballen springen. Du hast ja noch die Flügel. Du kannst ja gleich hoch. Ja, hervorstechend. Ja, hervorstechend. Grandi. Ihr wisst schon. So. Da ist ein Wollknäuliges Wollknäul. Da oben ist ein Wollknäul. Ja, aber hinter dem Roboter mit den Raketen ist der Teleporter. Das ist doch was Grünes. Was passiert, wenn ich hier so mache? Hinter dem Roboter mit dem Tele... Tatsächlich, du, der hinter dem Roboter ist übrigens ein Teleporter. Tadah, habe ich grandios gemacht. Haha, guck dir das an. Dem voll ausgewichen. Gott sei Dank ist dir das aufgefallen. Sonst hätten wir es nicht eingesammelt. Ja, ja, ja. Das ist hier schon vorprobiert. Lass mich raten, ich sollte dich werfen vielleicht. Oder ich werfe dich. Das ist ja eine schöne Sache. Und jetzt? Das klappt nicht. Du musst da erst unten aufmachen, dass ich da unten los kann. Aber dann bist du in der Kiste. Siehst du das? Achso, tatsächlich. Ich habe gerade gewartet. Dabei war ich ja schon da. Genau. Hervorragend. Haben wir jetzt 1,356? Ist da vielleicht noch eins? Ich glaube, diesmal bin ich da. Ah, da hinten ist noch einer. Ja, da ist noch einer. Den holst du. Ich kriege so ein bisschen Zeitdruck. So. Das war noch ein paar. Wunderbar. Wunderbar. Meine Steam-App auf dem Handy lockt sich auch irgendwie einfach so ein. Huiuiui. Das ist ja der Wahnsinn. Mach was dagegen. Schnell. Weißt du, was dagegen hilft? Exorzismus. Weiß nicht. Gummibären hüpfen hier und da und überall. Ach, du nervst. Hör auf mit der Gummibären kacke. Das war schon 1980 nicht mehr lustig. Da liefen die doch nicht mal. So. Das war sinnvoll. Der Papierflieger, wie funktioniert der eigentlich? Ich würde mal sagen, nicht gut. Wirf nochmal. Der explodiert dann. Bei Berührung? Nee. Der da. Siehst du, das hat so ein Zeitding. Das braucht ja ewig. Oder muss der da drauflaufen. Das dauert ja Jahrhunderte. Und was, wenn du nochmal öfters und drückst? Ah, ich kann ihn sprengen. Das ist ja der Hammer. Ich habe einen sprengbaren Papierflieger. Das hast du nicht. Nee, den habe ich tatsächlich noch nicht. Boah, der hat keinen so großen Radius. Warte, ich habe die perfekte Waffe dagegen. Was? Langeweile. Moment. Ups, du bist ein bisschen verzögert. Du musst ein bisschen spüren. Moment, ich muss erst suchen. Ah, das ist ja der Hammer. Wie hast du den jetzt hergezaubert? Aus dem Menü extra. Der gibt es auch als Waffe. Den habe ich, glaube ich, noch nicht. Ja, also der Papierflieger ist zwar cool, aber doch recht langsam. Oh, jetzt bin ich reingegangen. Hey, das war voll fies ausgewichen. In die dritte Dimension. Weißt du, was wir... Wir müssen gleich noch was ausprobieren. Soll ich mal auch mal kurz ins Menü... Ah, ich muss warten. Ah, das mache ich nachher. Was ist denn das hier? Jetzt müssen... Wow, wow, wow. Du musst jetzt noch mal ausentfern und den Flieger auf mich werfen. Ah, du bist echt ein Grobmotoriker, ey. Hey, hey, das wäre ganz gut gegangen, aber... Ja, aber nicht als Zweiter. Oh, fuck. Ah, das sieht ganz schön scheiße aus. Ausgang ist offen und ist jetzt schon. Lass uns direkt durchgehen. Oh. Ich hasse diesen Toast. Lass mich das aber wegschieben. Der Toast des Todes. Todes-Toast. Ups. Hey, du hast ihn weggepustelt. Oh, Toast. Hab ich jetzt gar nicht gesehen. Yeah, Toast. Ein Toast auf uns. Ah, Roboter mit. Oh, scheiß, die wandern. Ist aber gar nichts beim Roboter. Doch, Lügel. Oh, das ist ganz schön haarig hier. Ich muss hier kurz warten. Oh, okay. Wow, ich hab gedacht, dass ich schaffe. Aber durch meine unglaublichen Skills hier, natürlich kein Problem. Haben wir da ein Städelbestein verpasst. Ach, so eine Kacke hier. Was soll's, was soll's. Dann, guck mal mal. Ah, wieder so ein Fliegen der Schrimps. Der ist sicher lecker. Wo? Wo muss denn das hier? Du, da hinten geht's. Da ist auch so. Da ist ein Wollknäuel. Wohl zuerst das Wollknäuel. Ja, dann sag mir mal ein. Ja, geht nicht. Brauche ich ja nicht für den, äh, Hebel hier. Ja, wärst du mal nicht so schnell losgerannt, sondern hättest du erstmal die Gegend gecheckt. Außerdem gibt's hier noch mehr interessante Sachen. Na, eigentlich ist es nur eine Verschwer... Ich will das mal einmal anständig spielen, aber nein. Einmal mit Profis arbeiten. Ach, komm, ey. Mal wirst du nur aufgespießt, filtriert, getötet, ertränkt. Ja, 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 ach, komm, ey. Alter Vater hier, ist ja... Warst du das Ding? Ja, du hast das, sehr gut. Ich hab das hier... Guck mal da rein, Teleport. Du musst da irgendwie rein. Guck mal da rein. Du musst da rein. Ah, ha, 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 ha. Guck mal, jetzt komm ich hier nicht runter. Bin ich jetzt dumm. Ach, Mann, das war nur Verarsche. So ne Scheiße. Wir müssen hier eindeutig, äh, wahllos drauf. War nicht so rum drücken. Bis es irgendwann... Ja, es muss ausgeglichen sein. Ja, so. Ja, ist doch. Hm. Ja, weh. Das kackt viel schon wieder. Ja, aber das flirrt auf die Gatte. Immerhin. Was denn das zwischen Dingern? Einer muss nach links locken. Ich opfer mich. Rechts. Du musst dann... Ach, das sind die Zerstördinger. Oh, mein Gott. Das hätte man ja auch gleich sehen können. Oh, jetzt bin ich döddel da wieder durch. Naja. Ja, ich weiß auch nicht so genau, warum. Haben wir... Wir haben sechs. Wieder was übersehen. Das ist wieder ein Knopf hier, ne? Siehst du das? Das Ding da mit dem Stein, da ist doch noch irgendwas. Das war alles, wo der Wolk neu lag, wenn du dich erinnerst. Ja. Und somit haben wir das auch wieder souverän hinter uns gebracht. Und... Es ist sogar nur sechs. Ne, wir haben noch fünf Minuten, dass die halbe Stunde voll wäre. Sollen wir noch ein Level spielen? Okay. Ja, spielen wir den ja noch. Wusst ihr, ne? Ist ja direkt anschließend. Und ich bin auch schon weg. Einfach Vollgas nach oben durch. So. Zack. So macht man das. Siehste? Siehste? Oh nein. Jetzt hat er mich doch erwischt. Aber immerhin. Irgendwie wo schlägt man sich schon durch? Autsch. 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 Wie kommt man denn hier bitte? Ja, wenn du kannst du nicht sagst, dann geht's schon. Ja, ja, ja. Aber, aber jetzt da. Habe ich's doch glamouros gelöst. Äh, äh. Oh, fuck. Ich brenne. Äh. Wie soll das denn? Ach, fuck, das ist der obere Schalter. Ne, ist gar nicht. Die Katze muss... Die Katze ist weg. Ja, ne? Jetzt ist die Katze weg. Jetzt ist auch der Grill weg. Ja, sehr gut. Da ist dann wohl hier Sause. Äh. Wie kommst du jetzt du da durch? Gar nicht so gut. Ach, wer braucht dich schon? Doch, doch. Das ist ein Speicherpunkt. Das ist ein Speicherpunkt. Jedes Mal wieder. Jetzt war so was. Voll versagt. Wie kalios ich das löse. Ja, das hast du dir so gedacht, ne? Ja, wenn du jetzt da unten stehen bleibst, geht's auch. Ja, ja. Diesmal war ich so nett. Musst aber nix heißen. Bin ich immer nett. So. Ha. Souverän, souverän. Oh, scheiße. Das Icon da. Ich kann das. Ich schaff das. Irgendwie. Mal. Vielleicht. So, holst du den Scheiß. Haben wir alles hier. Eindeutig. Wir haben sogar acht. So gut, dass wir. Ja, aber meine Fehler, wir sind ausgegangen. Oh. So. Jetzt hab ich auch langsam eine Sehenscheinbezündung. Das glaubt man ja kaum, ey. Leckt mich am Arsch. Das war jetzt wirklich genug. Obwohl es gar nicht so schwer ist, aber naja. Irgendwie macht man es sich doch immer schwerer als es ist. So. Und dann? Möchtest du diesmal irgendwas Abschließendes loswerden? Was Abschließendes sagen? Nein. Gut, dann mach ich das auch nicht. Tschüss.